Clara-Sophie ist eine 40-jährige alleinerziehende Mutter einer 14-jährigen Tochter. Vor zwei Jahren ist Clara-Sophies Mann bei einem Autounfall gestorben. Seitdem fühlt sie sich regelmäßig überfordert. Clara-Sophie ist Kettenraucherin. Bis zu einer halben Schachtel Zigaretten raucht sie täglich, auch wenn das ihr monatliches Harz IV Budget stark belastet. Ihrer Tochter Lea ist es peinlich, Freundinnen mit nach Hause zu bringen, da sämtliche Zimmer der Wohnung aussehen, als wäre eine Bombe eingeschlagen. In ihrem eigenen Zimmer versucht Leerordnung zu halten. Seit ihr Mann gestorben ist, versucht Clara-Sophie ihr Bestes, um einen Eurojob, Haushalt und die Erziehung ihrer Tochter unter einem Hut zu bringen. Clara-Sophie kann nichts wegwerfen. Ihr Wohnungskeller ist schon lange vollgestellt. Jede noch so kleine Ecke ist bis unter die Decke voll mit Kartons, Kisten, Gegenständen gestapelt. Vielleicht brauche ich das noch, denkt Clara-Sophie oft. Auch von der Kleidung ihres verstorbenen Mannes kann sich Clara-Sophie nicht trennen. Das Wohnzimmer ist voll von Pizzakartons, Flaschen jedweder Art, überquellenden Mülleimern, haufenweise Wäsche, teilweise nach Farben sortiert, ungeöffneten Paketen, Stapeln von Briefen, alten Zeitungen und Zeitschriften. Nur einzelne freie Pfade führen noch durch die einzelnen Zimmer ihrer Wohnung. Die dunklen Gardinen versperren fast immer den Blick in die Wohnung. Erst ab der Dämmerung traut sich Clara-Sophie die Fenster zu öffnen. Seit einem Jahr hat Clara-Sophie schon keinen Besuch mehr zu Hause empfangen. Denn es ist ihr peinlich, wenn andere diese Unordnung sehen. Lieber trifft sie sich mit ihren Freundinnen im Café. Kraft zum Aufräumen hat Clara-Sophie nicht und sie möchte auch nicht, dass ihre Tochter aufräumt. Als Lea einen Stapel alte Zeitungen in die Altpapiersammlung geben wollte, wurde Clara-Sophie wütend und schrie Lea an, sie solle alles lassen, wo es liege. Sie brauche die Zeitungen später noch zum Verpacken.